Die geforderten Kühltemperaturen zu gewährleisten ist oft eine Herausforderung. Das Cool Multimobil hält die Speisen während der gesamten Prozesskette zuverlässig kalt. Mit dem Cool Multimobil entfällt die Zwischenlagerung der Kaltspeisen in einem kostenintensiven Kühlhaus. Denn auf insgesamt 26 Tabletteinschüben können bei der Verwendung von PN-Geschirr über 400 Portionen gleichzeitig gekühlt werden. Durch die Umluft- und Schleierkühlung, die jede Position im Wagen erreichen, können die notwendigen Kalttemperaturen über mehrere Stunden auch bei geöffneten Rollos gehalten werden. Die hochwertigen Rollen- und Schiebestangen bieten optimale Handling-Eigenschaften. Der umlaufende Stoßschutz oben und unten am Gerät sorgt für die notwendige Sicherheit. Das Gerät besitzt zwei getrennte Rollos für höchste Flexibilität und Energieersparnis. Teamwork zählt. Nur zusammen kann höchste Speisequalität bis zum Verzehr sichergestellt werden. Teamwork zählt! Teamwork Steel Teamwork School Teamwork 2 Teamwork 2 Teamwork 2 Teamwork 3 Untertitelung des ZDF für funk, 2017